So, dann let's go! Ist das schon eine Strecke? Ja. Ach so, das ist schon eine Strecke. Das ist unser Hotel. Was cool ist, du kannst hier direkt gegenüber einer Treppe auf die Strecke drauf. Du bist ja auch schon im Frequiporter, oder? Ja. Wollen wir hier hoch? Ja, hier müssen wir hoch. Nehmann. Noch einer Siehst wie steil das hochblüht? Das ist nicht so Faszinierend wie Ben die Autos wirkt Der klinkt an der Strecke Das ist ein Wanderweg hier Ich muss einfach mal den Eindruck bezahlen, wie es steht Nein, es ist ein Wanderweg hier Mein Gott! Das ist geil! Guck mal, da hinten taucht er dann nochmal auf. Siehst du, wo die bremsen? Die bremsen hier! Die bleiben hier! Da bremsen! Die GT3 Autos bremsen genau, wie viele Meter sind das? Die GT3 Autos bremsen völlig conventions. Guck mal, da hinten taucht! Ja, da hinten taucht! Die GT3 Autos bremsen ganz unterschiedlich! Bind du das? Ja, da hinten taucht! Ja, da hinten taucht. Das kann man nicht in den Niembrassen! Bis zum nächsten Mal.